Steiermark Neu-Pauerweg Sehr geehrte Fahrgäste, ab Samstag im 7. September 2019 befährt die Linie 66 die Strecke über den Neu-Pauerweg zur Haltestelle Kopenhofstraße. Zur Wettenberger Allee steigen Sie an der Haltestelle in die Linie 65 um. In Richtung der Kuhnplatz fährt nach wie vor die Linie 33, ihre Grazlinie. Grottenhof Grottenhofstraße Umsteigen zu den Linien 31E, 3362 Endstation Peter-Rosecker-Straße Volksschule Peter-Rosecker Scherer-Straße Kienzelkreuz Kienzelkreuz Umsteigen zur Linie 62 Steinecker Straße Umsteigen zur Linie 65 Brauhaus-Straße 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 Don Bosco Umsteigen zur S-Bahn S-Bahn-Straße 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 Brauhaus-Straße 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 Röufel-Straße Röufelfabrik Umsteigen zu den Linien 34 und 34E Sportpark Frühlichgasse, Nässe, Floorgrounds, umsteigen zur Linie 4. Hasenheide, Fuurgasse, Tarnsdorfgasse, Neufeldweg, Brucknerschule, Marburger Straße, umsteigen zur Linie 64. Muriehof, Schulzentrum Sankt Peter, University of Technology, in Feldgasse Campus, umsteigen zu den Linien 6, 63, 64, 72 und 76 Uhr. Endstation. Drei, viel mehr. Eince,